Das letzte Rennen ist gestattet. Nehmt die Hände nach oben und feuert eure Teams an. Auf geht's! Zack, 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 zack. Geschwindigkeit, Freunde. Auf geht's! Das Paddel muss ins Wasser. Jawohl! Sehr schön! Beide sind ganz gut auf. Ganz, ganz knappes Rennen. Die Beschiezen nehmen Geschwindigkeit auf. Und was ist los mit den Drachen? Können wir durchhalten, durchhalten! Eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Und da ist eine Entscheidung gefallen. Und Doppelbizeps-Moser. Ein Riesenapplaus. Erster Platz. Die Drachen-Töter! Herzlichen Glückwunsch. Eine super Leistung heute hier am Sonntag. Auf die Saale gebracht. Aber es ist ein Riesenapplaus. Ein Riesenapplaus. Hebebe! Huah! Hebebe! Huah! Und einmal einen Riesenapplaus für die Drachen-Töter! Natürlich gibt's auch für euch die Flasche Sex. Na ja, sehr gut. Wir haben halt gewonnen. So wie wir uns erhofft hatten. Natürlich ist es jedes Jahr ein harter Kampf für uns gegen das Team von Jochen Fuchs Und auch unsere anderen beiden Teams, die etwas älteren und die etwas jüngeren, sind jetzt auch nicht so schlecht. Aber wir haben jetzt erst mal das erreicht, was wir wollten. Und natürlich ist es nie optimal, es ist nie perfekt, aber im Endeffekt zählt dann nur der Sieg. Und wir haben es geschafft. Und hoch!